Chucky, da bist du ja wieder. Ich hatte doch versprochen, wiederzukommen. Wo ist denn Oma? Ich glaube, im Keller. Was macht sie denn da unten? Gar nichts. Chucky, Mami und Daddy sind tot. Tante Nika hat sie umgebracht. Aber ich bin für immer dein bester Freund, Alice. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir beide ein bisschen spielen. Vielleicht verstecken? Ja, das ist mein Lieblingsspiel. Und weißt du was? Du bist dran. Warum muss ich immer als Erste? Weil du diejenige bist, Alice, die keiner jemals verdächtigen würde. Verstehst du? Also, mach die Äuglein zu. Du wirst meine Aufgabe übernehmen. Ich werde dir die Kraft geben. So werde ich für alle Zeit weiterleben. Was? Ich werde ich daraufhin findet, Alice. Das ist mein Lieblingsspielstück. Ich werde dir das andere Menschen wert. Ich werde dir deine Kraft geben. Du wirst deine Schulden sehen. Ich werde dir deine Schulden sehen. Ich werde dir in die Schulden sehen. Das ist mein Lieblingsspielstück. Mein Lieblingsspielstück. Untertitelung des ZDF, 2020